Wir müssen dauernd testen. Auch jetzt bin ich schon wieder am Weg herunter zur Klinik, weil ich schon wieder für Matondo testen muss. Ja, es gibt wirklich gewisse Zielräume, wo das Mucksmäusli still ist, wo der Athlet sagt, er gehört uns einmal zujubeln, was ja früher nie gegeben hat, dass man uns Betreuer im Ziel gehört hat. Es hat sich extrem verändert und was natürlich am meisten abgeht, ist schon die Stimmung, sind die Fans. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Es ist ein bisschen trostlos, aber wenigstens die Renan, die schauen noch gut aus. Da und letzte Woche ins Waldisär, merkt man es jetzt noch nicht, weil es hat allgemein nicht so viel, vor allem auf der Piste, vor dem Start hat es nicht so viele Zuschauer. Ich finde, es ist Pusten schon, wenn viele zuschauen, wenn man weiß, die sind wegen uns da. Ich denke gerade auch für den Athlet, sobald er einen Erfolg hat, das gibt weniger Emotionen. Was ich sehr glücklich bin, ist, dass an den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler merkt man nichts. Bis zum nächsten Mal! Da